Ah! Ah! Spoh! Fuck! Ah! Hilfe! Ah! Hallo und herzlich willkommen Leute Mein Name ist Alex Und heute gibt es eine weitere Runde von Outlet 2 Ja, wir sind jetzt letzte Folge durch das Dorf gekrochen Und ähm Sind jetzt hier in einer Scheune wie mir scheint Und ich weiß nicht wo ich will Ah! Ah! Spoh! Fuck! Benutzt noch eine Bandage Junge, tut mir leid Oh Jesus Oh Jesus Die ist der Erde schon wieder Okay Was, ich mu- Ne, ich, ich Muss kein Ding verwenden Alter Fucks, die Kunde, ich muss mal grad einen Timer stellen Aber Oh! Hä? Hä? Das war, das war schon, ist, ne, gut, dass du eingeschüttzt Dacht schon, ob er die ganze Zeit ein Loch ist Ich bin von Ich bin von Ich bin von Ich bin dafür inkompetent Oh, was ist das für ne küpi-Frau Das ist egal, kann ich ne Missgabel nehmen? Wieso nicht? Ich gehe und stich sie mit ner Missgabel ab Ich glaube, du musst hier raus, aber ich will nicht Ich will halt echt nicht Hilfe! Was ist denn das hier? Ein Motor. Junge. Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mir ein anderes Spiel angeguckt. Haben wir alles zwei? Guck, mit dem Mikrofon kannst du ich werden hören und Geräusche. Ich muss meine Kamera nachladen. Ah, ich muss kriechen. Okay. Hilfe. Ich habe keinen Bock hier raus zu gehen. Oh, mehr. What the fuck? What the fuck? Hallo? Ah! Nein, Scheiß werde ich tun. Ah, Fick dich! Ah! Hilfe! Oh Gott. Oh Gott. Hilfe! Was ist denn das für... Er hat mich nicht mehr gesehen, aber er wollte einfach da lang gehen. Junge. Da ist noch einer. Alter! Wieso packen die sich alle an? Komm... Junge, das ist so strange. Ich weiß nicht, was du sagen soll. Ich weiß nicht, was du sagen soll. Komm ich hier unten irgendwie durch? Nee, auch nicht. Ich auch nicht auf. What the fuck? Was soll ich denn jetzt... Hä? Hä? Das ist strange. Noch keine Ahnung, wo ich lang soll. Ach, okay. Oh, nein. Daddy. Kann ich mir helfen? Darf! Bitte! 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 Meine Lieben, bitte versucht stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr in unserem Träumen und unsere Sünden zeigt. Wir müssen uns diesen Stellen... Sollten wir Gott gerecht werden wollen. Alter, was ist da? Alter, was ist das für ein kranker Scheiß? Wir stehen gegen den Antichristen, sollten wir ihn schlagen wollen, reicht es nicht, wie Jesus zu sein. What the fuck? Also, nix gegen Religion, aber man kann es ja auch ein bisschen übertreiben, ne? Wir müssen wie Gott... Welche Frau? Meine Frau? Wir sind wie... Ah, hier. So, zuck. Was? Was ist das? Was ist das? What the fuck? Okay. Nichts als... Junge, Junge, was ist das? Das ist... Boah! Cheat! Ja, komm ich nicht lang. Ja, was steht hier, wenn ich nochmal kurz gucke. Also, falls euch interessiert, dann könnt ihr jetzt pausieren und es euch durchlesen. Ich hab dafür gedacht, irgendwie nicht die Zeit. Alter! Da! What the fuck? Was ist das? Alles mit einem. Habt ihr alles? Habt ihr alles? Nein, es geht wszystkich. Ah, es geht nicht. ich bin bereit für den Haken ja 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 die ganze Geld hat wieder zurückgegeben lass mich hängen what the fuck Junge was ist hier los und die BK und die Klick nicht Moment komm ich nicht weiter sieht ganz so aus oben oh oh Leute um es ja wer hätte das ist auch grösser war was euch nicht hier tun Hilfe Da ist eine Tür. Da komme ich nicht hin, oder? Das ist der ganze Scheiß hier im Weg. Unten lang komme ich auch nicht. Hä? Muss ich wieder zurück? Ich weiß es nicht. Das hat ja jetzt nichts geändert. Ja, blockiert. Hier komme ich auch nicht rein. Also muss ich da unten irgendwie durch? Kann ich hier Schubladen öffnen? Nein, nein, nein. Ich frage es nur, wie? Ich komme mich hier hoch und jetzt, ob ich hier befreit war. Hier ist ein Fenster. Kann ich das öffnen? Nee. Hä? Hier im Käfigen kann ich hier irgendwie drüber springen? Geh mal nach hier unten. Hier kann ich auch nichts machen soweit. Nee. Außer rauskippern. Hier kann ich auch nicht wieder rauf springen. Hä? The fuck? Ich verstehe es halt echt nicht. Ja gut, ist das... Was ist denn das? Ad inferna riepe asphere. Asphere. Äh, ich hab... Ah! Schlüssel. Ich glaube, ich muss jetzt nach oben, dass das aufschließen kann. Ja, komm jetzt. Was kann... Au, was können wir mit dem Schussschlüssel machen? Was mich verarschen? Junge, Junge, Junge. Boah! Boah! da ich habe damit alles hat nichts gesehen ich habe damit des todes nicht gerechnet ich glaube ich übersteuere manchmal teilweise bisschen ja ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge falls es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da und ihr könnt mir immer eure theorien in die kommentare schreiben was da abgeht aber bitte nicht spoilern dann würde ich sagen abonniert und schreibt um nichts zu verpassen und wir sehen uns in der nächsten folge haut rein tschö